Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 21. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 991. Heute mit den folgenden Themen. HeyTab Health, Gastmodus, Akara, OneMove und Edge. Ich beginne gleich mit HeyTab Health. Sagt euch wahrscheinlich nichts, hat mit OPPO zu tun. Wenn ihr ein Smartphone aus dem Hause besitzt, könntet ihr es eventuell doch kennen. Das ist so das, was bei Google Fit ist, das was bei Apple Health ist, genau, und bei anderen Herstellern ähnlich heisst. Das gibt es auch bei OPPO, wie gesagt, bis anhin nur für Androiden gab es das Ganze. Mittlerweile gibt es jetzt auch, das hoffe ich kann der eine oder andere Hörer hier bestätigen, auch für die iOS-Plattform. Zumindest ich auf meinem Account kann die App runterladen und somit auch die ganzen Daten oder könnte ich die ganzen Daten von meinen oder eben nicht meinen OPPO Wearables, was ein Band ist oder eine Smartwatch, auch auf das iPhone runterziehen und somit dann in Apple Health integrieren, womit sich das Ganze dann auch auf die ganzen anderen Dienste und Möglichkeiten übertragen lassen würde. Jetzt mal schauen, vielleicht kann ich nächstens dann doch mal noch so eine schöne schicke OPPO Smartwatch testen. Und dann könnte ich das auch ausprobieren. Dann gibt es Neuigkeiten für den Google Assistant, verfügbar auf diversen Android Smartphones, unter anderem auch eben vorgenannten OPPO, aber auch auf diversen Gadgets wie den Smart Home Assistant, den Google eigenen zum Beispiel, den kleinen, den grossen, den runden, den eckigen, den mit Display, den ohne Display, den mit Router integriert etc. Und der hat jetzt den Gastmodus auch für Deutsch, Französisch und Italienisch ausgeliefert bekommen. Heisst, ihr könnt eurem Hey Tante Google da drüben Gastmodus aktivieren oder eben deaktivierend sagen, was das genau bringt, wie das funktioniert, www.daily.gigtalk.ch, da haben wir einen Link mit verbaut oder im Podcatcher eures Vertrauens, da wird es euch schön erklärt. Dann gibt es Neuigkeiten von, wir bleiben im Bereich des Smart Homes, Aqara, da gibt es nämlich für die Aqara neue If Distant Debt-Integration, eigentlich nur für die Staaten, aber auch hier wieder bei zumindest drei von meinen Accounts bei If Distant Debt funktioniert das auch. Lasst mich mal wissen, ob das bei euch auch so ist, wenn ihr dann Zensuren oder Gadgets aus dem Hause Aqara besitzt. Wenn ihr nicht wisst, was das alles ist und was das alles kann, auch hierzu Links in den Shownotes mit drin. Dann kommen wir zu OneMove. Dazu gab es vor kurzem schon mal Neuigkeiten, denn das waren eine der ersten Geräte neben Belkin und dem anderen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die eine Wo-ist-Integration bei Apple bekommen haben, zumindest mit neuen Modellen. Und genau diese neuen Modellen, und ich bin nicht ganz sicher, aber auch kompatibel zu den alten, haben jetzt ein neues Produkt vorgestellt bekommen, ein Zusatzprodukt. Es ist nämlich ein externer Akku. Damit könnt ihr die Leistung eures OneMove E-Bike fast verdoppeln und knapp an die 100 Kilometer Reichweite kommen. Klingt spannend, kostet etwas um die 3,50 Währungseinheiten und bietet euch, wie gesagt, zwischen 45 und 100 Kilometer zusätzlicher Range. Dann gibt es Neuigkeiten in Richtung Vlog, des Googles neues Cookie-Geschwür. Da haben sich auch schon einige quergestellt. Logischerweise Leute oder Firmen, die auf Daten, auf Privatschutz setzen, wie Apple mit Safari oder mit, wie heisst die Suchmaschine nochmal, DuckDuckGo etc., die haben sich dagegen gestellt. Auch der Browser-Anbieter Brave. Nun kommt ein weiterer hinzu, oder besser gesagt, zwei neue. Zum einen hat WordPress verraten lassen, dass sie das per Default blockieren werden. Finde ich toll. Vierzeilen Code braucht das Ganze. Aber auch Microsoft hat sich jetzt eingereiht und gesagt, dass in ihrem Browser Edge das Ganze deaktiviert ist. Finde ich gut, finde ich gut. Da kriegt Google kräftig Gegenwind. Weil, ja, eben so eine Geschichte, das muss einfach nicht sein. Das muss jetzt besser werden. Apple hat es angestossen, jetzt sollte da ein bisschen ein Ruck durch die Gegend gehen. Mal schauen, was das bewirkt. Das war es mit heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch einen guten und schönen startenden Tag. Wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Ach ja, wer die Apple Keynote gestern oder das Event gestern nicht gesehen hat, Link in der Beschreibung und Podcast-Notizen mit drin. GeekTalk991 hat einzig und allein das Apple-Event begleitet. Ein bisschen überdreht, aber mit viel Freude. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr GeekTalk.